Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Timmy wieder auf meinem Kanal. Heute mal eine ganz blitz neue Herausforderung und zwar schleudere Wildtiere mit einer Schockwellgranate oder Schockwellbogen weg. Auf jeden Fall kriegt ihr gesamt 24.000 XP und das machen wir mal. Ihr könnt Solo, Duos, Trio oder Teams, aber grumkeile findet man diese Schockwellgranaten, aber es gibt keine Wildtiere, Leute. Und deswegen machen wir das Ganze auch einfach in Solo. Denn in Solo gibt es, also wie gesagt, Solo, Duo, Trio und Team gibt es Schockwellen und Wildtiere. Und ja, ihr könnt auch ein Like da lassen, meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Würde mich echt sehr, sehr freuen und ich würde nur sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Bis gleich, Leute. Leute, hier sind wir schon, äh, auch in einer Runde und, äh, ihr könnt auch meinen Creator-Code eintragen. Time-PC-Gamer. Wir sind jetzt mal hier gelandet, denn hier gibt's, glaube ich, Schockwellen irgendwo. Euer Glück. Und hier gibt's sehr viele Wildtiere. Äh, wenn ihr nicht findet, dann sucht irgendwo anders. Leute, hier haben wir auf jeden Fall einen Schockwellen gefunden. Hier, also, ganz kurz, hier, das ist die Schockwelle. Wir nehmen die einfach mal auf und jetzt müssen wir einfach zu einem Wildtier, egal welches, Huhn, Wildschwein, Neowolf, äh, einfach zu ihm gehen und einfach, ähm, einfach so werfen. Und dann muss der einfach so wegfliegen. Und das machen wir mal ganz kurz, aber wir müssen, äh, ein Wildtier davor finden. Leute, hier ist auf jeden Fall der beste Ort dafür, ganz genau hier. Wenn ihr Schockwellen habt, einfach da hinkommen. Also hier sind, äh, zwei Wildschweine. Einfach werfen und BUM! Weil sie sind weggeflogen. Wir haben die Hausung auch abgeschlossen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert, abonniert gerne meinen Kanal. Lasst die Glocke aktiv, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und wie gesagt, ihr könnt meinen Creator-Code eintragen in den Itemshop, time-bc-gamer. Würde mich echt sehr, sehr freuen. Schönen wir sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal. Und schaut, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal.